Kacke man, in meinem Alter sollte man zu Bingo-Abenden gehen und nicht sowas spielen. Das ist alles viel zu schnell. So, was geht jetzt? Unser gestriges Opfer hat unserer Flankensektion Zeit verschafft, den deutschen Flugfeldern einen ersten Schlag zu versatzen. Aber unsere Aufklärungspatrouillen haben die Ankunft feindlicher Verstärkung beobachtet. Wir werden den Feind Schritt für Schritt zurückdrängen und die Belagerung von Torbruch beenden... Ich glaube nicht. Ich will hier an so einem Fahrzeug starten. Hier! Auf der Kuh war frissen, das ist eine N-Field. Die ist schwach. Die werden wir schauen, was ist das zu entfernen? Ich bleib bei meiner N-Field, das ist die einzige... Die einzig Wahl, oder? Ich hab nix. Magazin, hier haben wir schon was? Ne... Mhm... Mhm... Ja, voll die ist auch schön. Ich fange mich nicht. Oh nein. Bin ich in dem Fahrzeug gestartet, oder bin ich gar nicht gestartet? Oh ja, schön, ich nehme den. Alle Ziele eines Sektors müssen gesichert werden. Rückwärts fließen zum nächsten Sektor vor. Machen wir. Ich hab nen Panzer gekriegt, oh mein Gott! Ich bin so glücklich, wie ein kleines Kind. Oh! Oh! Gute Arbeit! Wir haben uns hier Bertha gewohlt. Oh, super! Oh, das ist noch etwas. Feuer! So, können wir jetzt fahren? Oh man, ich hab noch nie überfahren. Es ist ja alles voll mit denen. Darf ich bei ihm spawnen, bitte? Darf ich bei ihm spawnen? Nein, er ist im Punkt. Nein, er ist tot. Spauen bei ihm ist auch gut. Das ist mein Job hier. Nein, ich seh nichts. Nein, ich seh noch nichts. Jetzt seh ich was. Jetzt seh ich nichts mehr. Jetzt seh ich wieder nichts. Oh no, wenn wir so wackelt, so ist es nicht. Überlassen wir gar nicht mehr durchzugehen. Ganz schön. Ich seh nichts. Ja, es klappt sich aber auch ein Zurecht hier. Oh Mann. So, wieso sollst du das kommen? Hallo, du hast hier... Oh, du hast hier noch einen Rücken gemacht. Oh Mann. Ja, machen wir. Gut. Machen wir eigentlich. Sniper. Der Sektor ist gesichert, Duttas. Duttas. Fahre das Leute auf Pantschen. Duttas. Attackiert den nächsten Sektor. Oh mein Gott. Er tut es ja nicht so offen. Ah, bring ja, bring mich doch mal in Schussposition. Mein Gott, versäulen das. Du kannst nicht schicken. Ja, guckst aber. Ach. 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 Ver resolver der 2. Ach. 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 Wir rufen den jetzt hin, hallo! Ich hab's ja klar, dass er zu kommen hat. Ich hab's ja gehalten. Das ist so ein Trello! Oh Mann! Pfff! Na gut. Okay! Wunderschön! Weitrittsübersicht, ich spawle mal machen, das ist mir zu beschissen. Ich spawle die Duel! Wunderschön! Wunderschön! Oh, da hinten ist ja einer. Ah, ich komm hier nicht hoch, was ist denn das für ein Shit? Da stehen wir es hier. Wir gehen mit. Schade. Schade. Da oben in der Ecke ist einer. Gute Arbeit. Oh, ich bin fast hoch. Ach, weg mich, Fett. Hilfe doch einer hoch bitte, Mann. Okay, jetzt komm ich bei dir hier. Ich bin fast hoch. Ich bin fast hoch. Ich bin fast hoch. Ich bin fast hoch. Ich bin sofort weg, Mann. Ja, ich bin fast hoch. Du bist offen. Ich bin fast hoch. Oh, du bist auf dem Weg. Nein, ich hab's. Vielen Dank. So, so ist dann hier einer. Okay. Jetzt gehen wir mal über die Seite hier. Oh, ich brenne, ich brenne. Warum brenn ich? Oh. 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 Da sind auch sehr viele Sniper an der rechten Seite. Verdammter Arzt. Oh. 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 Ich hab fast keine Munition mehr, und... Zeig denen, was wir können! Da, seht ihr? Seid los vorsichtig! Ausstieg euch dann! So! Soldaten, wir verlieren gleich viel Werfer! Ich hab keine Funktion mehr! Ich hab noch einen Schuss! Scheiße! Was soll das? Wo sind denn jetzt? Damit will ich aber noch einen erlegen oder sterben? Wahrscheinlich eher sterben. Danke! Ja, Mann, ich komme! Ich würde mich ja gerne... Richtig! Ich helf dir! Ich helf dir! Komm schon, ich helf dir mal! Okay, danke! Tausend Dank! Ich hab keine Mood mehr! Ich hab keine Mood mehr! Ich hab keine Mood mehr! Verdammt! Der Sektor gehört uns! Wir müssen alle Gegner in diesem Sektor aufschalten! Ich hab keine Mood mehr! Aber dafür hab ich noch 88 Schuss für die beschissene Pistole! Ah, da ist Munition! Nein, nein! Da ist mate! Sag, du bist не baut! W Jarnka K достelfrellow Süß Zuvor, nicht liegen? Gute Arbeit, der Sektor ist gesichert. Gut, attackiert jetzt den nächsten Sektor. Oh Gott. Gut, attackiert jetzt den Sektor. 5, 2, 1, 4, 1 Bisschen! Boah, geht das gut. Ich würd hier gerne mal 5 Tiguan kriegen. Ich würd auch immer nur schnuppern. Danke. Danke, Mann. Du bist der Beste. So. Da ist er! Fuck, ich hab ihn nur gesehen, Mann. Aber ich hab ihn voll rüberge... ...vampst. Vielleicht gehört er sich vor! Die Schweine sind am Ende! Der letzte Sektochale an uns! Du bist der Beste! Vielleicht gehört der sich vor! Okay, dann kriechen wir mal hier ran. Der hat doch einen Wolmer getroffen. Na, das ist ja, das ist ja ärgerlich. Nein, nein. Wollen wir nicht spawnen, bitte? Hallo? Wollen wir nicht spawnen? Wir haben kaum noch Leute. Ich eröffne das Leute! Alter, warum? Ich will auch mal, ich will auch mal, ich will auch mal, ich will auch mal. Okay. Dann nehme ich jetzt mal die Waffe. Ich spawne ihn und dann werde ich auch mal wieder gehen. Oh, dann bin ich tot. Oh mein Gott, der kommt von der Seite rein und tötet uns alle. Ist das wunderschön. Oh mein Gott, ich habe gar nicht gespunnt. Mhm, 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 mhm. Mhm, 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 mhm. Mhm, 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 mhm. Oh mein Gott, Garni, ich bin tot! Mh, mhm, 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 mhm. Oh mein Gott. Jetzt bist du tot. Wir haben mit dem Firepass einen Gegenangriff gestartet. Zieht euch zurück, um eine Einkesselung zu vermeiden. Aber unsere Bemühungen hier waren nicht vergebens. Ihr habt den Deutschen gezeigt, wie schnell der Schatten der Niederlage auch auf sie fallen kann. Ooooooooh! die deutsche armee greift entlang der niederländischen grenze an und verletzt damit hollands neutralität vermutlich bereiten ihre fallschirmjäger einen groß angelegten angriff auf unsere schwere artillerie vor beschützt unsere kanonen ohne sie nichts um jerry an einer sicheren landung zu hindern